So, direkt die nächste Folge hinterher, wie gesagt, wir streamen das Ganze wie immer und unser Olaf ist sogar hier. Hygiene, Bedürfnisse. So mein Freund, dann lass uns mal dich unter die Dusche bringen. Wir machen dich mal sauber, kleiner. Und dann färben wir dein Fell schwarz. Ist mir egal. Kann ich dich jetzt nicht hier drin duschen, weil... Ja, ich kann ihn gar nicht hier. Oder muss ich das draußen machen, Warte. Ich setze dich nochmal ab. Mit zum Job nehmen. Oh, guck, wir können mit zum Job nehmen. Lessie, Hundebaby. Okay, dann heißt er Lessie. Ich guck gerade. Kann ich ihn auch nicht abspringen. Hey, holst du hin bei Peer? Ich guck gerade. Hunde, der Karotte hier. Gibt es irgendwas? Ich guck erstmal unter Pets. Erholung, Möbel. Liegespüle, Dekoration. Erhälter Käfig. Also, ich wollte den Hund jetzt nicht einsperren. Haustiere. Vogelkäfig gibt es auch. Aber eine Hundehütte wäre, glaube ich, nicht schlecht fürs Tier. Hunde, Laufband? Waschzubehör für Hunde, für kleine Hunde. Guck mal hier, müssen wir erst was kaufen. Dann komm mal her, Lissi. Was? Ja, ja. So, machen wir dich mal sauber. So, machen wir dich mal. Oh, Morgens Haus, die Fliege. 38 Stück. What the fuck? Adoptieren. Alter. Okay, wir können hier... Mop. Äh. Ein Kaninchen. Ja, also, ich werde jetzt... Alter, echt jetzt? Du kannst sogar Schlangen adoptieren. Und spinnen. Fische. Reptilien sind nur Schulkröten. Leguan haben wir auch. Also, ich werde hier wieder... Ich werde jetzt mal tiefen. Ich werde jetzt mal auf. Ich werde jetzt mal auf. Aber dann muss ich das ja auch loswerden. Aber dann kann ich den Schkalk. Ge مت, wenn ich das ja aus der Weg ist. Und dann kann ich das ja auch loswerden. Und dann kann ich halt das ja gehen. Okay. Ja, ich war das ja auch loswerden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 des ZDF, 2020 . 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 Scheiß ist das, Keramikfliesen aber für was? für die decke noch bei schreiben decke und dann und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da müssen die in die Tür rein. Da sind irgendwelche Infos zu. Nur kurz die Kugeln. Es gibt nur einen Guide, wie man die Erfolge bekommt. Der interessiert mich nicht. Ich will wissen, wie ich das Ding hier bauen muss. Weil ich kann das auch nicht drehen. Das Einzige, was sich dreht, ist das obere. Aber links und rechts kann ich nicht drehen. Aber wo soll ich das hinbauen? Ich habe hier ein Ding, wo ich das hinbauen kann. Oder muss ich die komplette Karte jetzt neu starten? Och, nö. Ganz ehrlich, da habe ich keine Zeit für gerade. Ja, ist doch Katastrophe, sowas. So, du bleib mal draußen. Es gibt ja auch nur diese eine. Ich habe nicht so das Gefühl, dass wir einen Bug gerade haben. Ja, haben wir auch. Gut, dann mache ich das eben anders. Ich mache mit der Aufnahme auf Pause, starte die Karte mal neu. So, da sind wir wieder. Also. Ich habe es nochmal ein bisschen umgebaut. Und zwar muss man das ein bisschen anders machen. Man nimmt das in den Jäger. Und kann das dann dementsprechend nebeneinander bahnen. So. Und damit können wir dann gleich die Tür einbauen. Wobei wahrscheinlich schon viele auf die Idee selber gekommen sind. Und das war's. Ja, also. Fortschritt. Wir haben noch nicht alles, sehe ich gerade. Wir haben noch nicht alles. Was fehlt denn noch? Habe ich noch was vergessen? Garten haben wir. Wohnzimmer. Oh, Wohnzimmer haben wir noch gar nicht. Das habe ich gerade auch nicht gemacht, ne? Wohnzimmer fehlt noch. Also auf jeden Fall, ne? Da hat man schon mal gesehen, wie das Ganze funktioniert. Autsch. Biss Zimmer. Wo ist denn das Wohnzimmer? Ist das oben? Aufzimmer. Ach, stimmt. Oben das Zimmer habe ich ja noch gar nicht gemacht. Okay. Äh. Mache ich eben fix. Und dann sind wir uns danach wieder. So, da sind wir wieder. Also. Aufzimmer 2 auch fertig. Äh. Ja. Wir möchten aber beenden. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus, als das, was wir gerade in der Aufnahme hatten. Aber. Es ging ja jetzt eigentlich auch nur darum, dieses Hundekäfig-Dingen aufzubauen. Und dann hätten wir uns dabei, Untertitelung des ZDF, 2020